und damit hello leute und was geht ab herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und heute zeige ich euch mal den service car merch den kartu service car merch wie man ihn auch nennen möchte den zeige ich euch heute der klitsch ist ohne party bus weil sonst hat man immer diesen party bus dafür gebraucht den braucht man jetzt nicht mehr das ist eine wachgabe wofür man keinen party bus braucht ihr müsst bloß leider ja das geld bezahlen wie viel das auto kostet also in meinem fall will ich ja hier den dominator gtx modden dafür muss ich dann halt für 725.000 bezahlen also sprich umso teurer die autos werden umso mehr müsst ihr natürlich auch bezahlen also bitte guckt doch wirklich welche autos ihr modden wollt und welche nicht also wäre es leicht wenn wir nicht gerade irgendwie multimilliardär seit in gta wäre es vielleicht jetzt nicht gerade so gut nennen trucks oder sowas zu modden weil er halt eigentlich recht teuer ist so hier ist sagt man so 725.000 geht immer noch klar ja was braucht ihr noch ihr braucht natürlich die autowerkstatt mit dem service car hier in meinem fall ist dieses auto dann braucht ihr noch das spender fahrzeug das spender fahrzeug ist dieses was die tunings oder die moddings darauf hat welche dann auf das service car auf sollen im einfach ist das hier der die bestätigt mit den formula felgen und dann braucht ihr noch zu guter letzt einen bunker ja den bunker brauchen wir eigentlich nur dafür um in diesen kurz rein zu laufen und wieder raus zu gehen ich weiß noch nicht wofür man warum man diesen step braucht aber man braucht ihn halt einfach ohne diesen bunker funktioniert das nicht ja das waren eigentlich schon alle voraussetzungen die ihr braucht und dann würde ich sagen fangen wir auch schon an mit dem video so als erstes müsst ihr euch in irgendeine lobby begeben das ist wirklich vollkommen egal in welcher lobby ihr das macht also am einfach mache ich das jetzt hier in einer einladesitzung ihr könnt es aber genauso einer freundessitzung oder glaube ich sogar eine öffentliche sitzung machen also das funktioniert in allen möglichen lobbies wenn ihr euch auf jeden fall dann in eurer autowerkstatt das service car bereitgestellt habt das spender fahrzeug bereitgestellt habt also wenn ihr wirklich alles bereitgestellt hat in der autowerkstatt geht aus dieser raus bestellt euch irgendein fahrzeug und begebt euch einfach zum bunker so dann hier am bunker angekommen lauft ihr einfach einmal in diesen reihen hier dann im bunker einfach angekommen dreht ihr einfach direkt wieder um und geht hier wieder zum motor und verlassen den wieder so wenn ihr dann hier draußen wieder angekommen seid begebt ihr euch auch dann direkt wieder zu eurer autowerkstatt hin so dann hier an eurer autowerkstatt angekommen wieder lauft ihr einfach in diese herein und dann hier in der autowerkstatt lauft ihr einfach hinter zu euren spender fahrzeugen mein fest ist ja hier der div estate bei euch kann das natürlich auch anderes fahrzeug sein auf jeden fall steigt ihr dann in euer spender fahrzeug ein drückt dann einmal die pfeil das der rechts um das fahrzeug zu modifizieren so wenn ihr dann hier in der garage in der tunigstatt drin seid wenn ihr irgendwo in irgendeiner tuning kategorie mein fest wie bei der panzerung einmal die mache ich jetzt einmal die schlechteste einmal rein wenn ich das dann gemacht habt geht ihr einfach auf kreis und drückt einmal verlassen so dann hier draußen angekommen wieder steigt ihr aus dem spender fahrzeug aus und lauft einfach zu euren ja fahrzeug was ihr moden wollt also zu eurem service fahrzeug hier an eurem service fahrzeug angekommen müsst ihr euch soweit dran stellen bis ihr oben links diese meldung habt drücke pfeil das rechts um das grundfahrzeug zu modifizieren und drücke dreieck um das fahrzeug zu kaufen soweit müsst ihr euch dran stellen bis ihr diese meldung habt wenn ihr diese dann habt geht ihr einmal auf optionen auf online auf jobs und job spielen von rockstar erstellt auf funktionen und startet hier einmal einen job für einen titan so dann hier im job für einen titan drückt ihr einmal die r1 taste um in die besten liste zu kommen wenn ihr dann hier in der besten liste seid drückt ihr jetzt gleich einmal dreimal die feilterste nach rechts und dann kreis kreis und x ich mache das jetzt einmal 1 2 3 kreis kreis x um den job halt komplett zu verlassen und sobald ihr den dann verlassen habt solltet ihr euch schon sehen steht dann hier das gemoddete service fahrzeug ihr seht jetzt hier bei mir sind die moddings vom divest 8 und jetzt drückt ihr einmal die feilterste und jetzt müsst ihr das fahrzeug einmal kaufen wählt ich einfach noch aus in welcher garage das fahrzeug rein soll auf jeden fall jetzt hier in die firmengarage 3 und wenn ihr das dann dort reingetan habt also eine garage ausgewählt habt müsst ihr einfach zu dieser einmal hinfahren und das sollte dann das gemoddelte fahrzeug stehen ich fahr jetzt zu der garage einmal ganz kurz hin so auf jeden fall jetzt bin ich ja in meiner firmengarage angekommen wo ich ja das fahrzeug rein geliefert habe ich habe das fahrzeug glaube ich in die firmengarage 3 reingepackt also gehe ich jetzt mal in die garage rein und dann sollte dort auf jeden fall dann das gemoddelte service fahrzeug drin stehen so ich bin jetzt in meiner firmengarage 3 angekommen ich laufe jetzt hier mal hoch das müsste glaube ich in der letzten etage drin stehen das fahrzeug ich schaue jetzt einmal genau hier steht jetzt auch ihr seht jetzt hier hier steht der dominator gtx mit den formulafelgen wie wir ihn eben in der autowerkstatt gemoddet haben jetzt steigt am besten in dieses fahrzeug noch einmal ein fahrt damit wenn ihr das fahrzeug nicht gerade in der firmengarage habt einfach mal zu ls customs oder wenn ihr halt die firmengarage habt und die tuningwerkstatt habt könnt ihr auch hier in die tuningwerkstatt reinfahren fahrt auf jeden fall zu irgendeinem tuningshop hin um das fahrzeug noch mal abzuspeichern indem ihr einfach hier irgendwo unter panzerung zum beispiel einfach hier irgendwas ausstattet einfach das fahrzeug irgendwie ausstatten und dann habt ihr das fahrzeug auch schon abgespeichert ja das war der service car merch wirklich ohne partybus ja probiert es aus macht so lange es noch geht und ja das war der glitch gewesen für heute ich hoffe euch hat das video gefallen ich würde mich riesig über ein like und ein abo freuen falls ihr fragen habt schreibt es in die kommentare und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und ciao ciao bis zum nächsten mal